Einer weniger, drei weniger. Ihr wisst, wohin das führt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um die Expedition. Zunächst einmal die Expedition könnt ihr erst ab Rathaus Level 5 starten. So, Rathaus Level 5 erreicht und jetzt können wir auch in die Expedition gehen. Hier bekommen wir natürlich mal ein paar Informationen. Wir haben jetzt hier ein paar Sachen, worauf wir achten können, sollten, müssen. Nämlich hier einmal mit der rote Pfeil. Das ist die Belohnung, die ihr bekommt für das Abschließen der jeweiligen Stufe. In dem Fall ist es jetzt Stufe 1. Und bei dem blauen Pfeil bekommt ihr diese Belohnung hier unten tagtäglich. Dafür müsst ihr aber alle drei Sterne hier bekommen bei dieser Expedition. Diese drei Sterne sehen wir hier. Und hier haben wir aktuell noch 0 von 3. Nun gehen wir auf die Herausforderung ein und wählen jetzt hier. Das ist mein erster Kommandant, den ich hier habe. Und hier sehen wir die Anforderung für die jeweiligen Sterne. Besiege alle Feinde. Na, ist klar. Schließe den Auftrag innerhalb von 60 Sekunden ab. Verliere weniger als 50% der Einheiten. Auf Start. So, jetzt steht hier, wie wir die Kommandanten ziehen können und so weiter. Das machen wir jetzt. Und wir sehen jetzt hier auf der linken Seite auch nochmal zwei Sachen, die wir auswählen können. Dann haben wir hier auch die Belohnung stehen. Wo, was wir bekommen. Wir sehen hier, die Zeit ablaufen. Noch 40 Sekunden und weniger. Hier sehen wir, wie viele Truppen wir bisher verloren haben. Oder verlieren gerade. Das geht alles schön runter. Und ich muss jetzt natürlich versuchen, die Zeit und die weniger wie die 50% zu verlieren. Das haben wir jetzt auch geschafft hier. Das ist natürlich am Anfang auch ziemlich einfach. Wir bekommen jetzt diese Belohnung hier safe. Für das erste Mal. Die bekommen wir auch. Und wir bekommen die jetzt auch täglich. Und jetzt sehen wir hier, dass wir die Stufe mit drei Sternen beendet haben. Somit können wir jetzt das nächste Level starten. Und es gibt hier auch verschiedene Belohnungen. Hier gibt es jetzt Skulpturen von Konstanze. Konstanze, 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 Konstanze. Hier bekommen wir, manchmal war das jetzt hier auch. Nö. Ab Level 6 bekommen wir dann auch Skulpturen. Grüne Skulpturen hier zum Aufleveln der Kommandanten. Da bei 7 bekommen wir blaue Skulpturen. Hier bekommen wir sogar eine liegende Skulptur bei Level 8. Bei 9 bekommen wir drei Stück von den seltenen. Und dann sind wir das erste Mal bei Level 10. Und bei Level 10 bekommen wir sogar eine goldene Skulptur und einen goldenen Stern. Diese goldenen Skulpturen bekommen wir bei allen 5er Schritten, die hier auch ein bisschen dunkler markiert sind. Level 15, Level 20, Level 25, Level 30 und so weiter und so fort. Überall wo diese markiert sind. Wenn wir uns hierbei noch die zweiten danach angucken. Wir haben jetzt hier wieder, kriegen wir wieder grüne Köpfe, blaue Köpfe, lila Köpfe. Und blaue Köpfe. Dann kriegen wir wieder goldene, dann kriegen wir wieder grüne, blaue, lila, grüne, blaue. Und das immer im gleichen Rhythmus. Abgesehen davon, dass man ab und zu halt mehr bekommt. Und hier bei Level 24, 21, nee 22 war es, 22, bekommen wir vier blaue dann schon. Hier bekommen wir sogar fünf normale, fünf blaue. Immer noch nur einen lilaen. Fünf, fünf, fünf. Hier kriegen wir sogar sechs. Sechs, sechs. Ja, da kriegt man also vieler von den blauen und von den grünen Sternen. Hier sind es sogar dann sieben. Egal. Jedenfalls kann man dadurch ganz gut halt eben die anderen Kommandanten leveln. Ich kann euch nochmal von meinem letzten Video einen Link reinposten, wo ich ein bisschen was zu diesen, gerade zum Anfang, was wichtig ist an Kommandanten, was dazu packen. Das könnt ihr sehr gut hiermit in Verbindung bringen, beziehungsweise verknüpfen. Bevor wir jetzt großartig weitermachen, gibt es hier ein paar Punkte, die ich nochmal erwähnen möchte, die sehr wichtig sind. Wir haben hier bei Level, das fängt erst ab Level 30 an, vorher nicht, haben wir solche Zwischenstationen. Hier einmal das mit Angriff, einmal das mit Verteidigung. Und wir sehen hier, dass wir hier andere Belohnungen bekommen. Wir bekommen zum Beispiel so eine goldene Truhe und wir bekommen Etel-Fledder-Skripturen. Fünf Stück an der Zahl. In dieser Truhe befinden sich ebenfalls per Zufall eins bis fünf Skripturen von Etel-Fledder. So, und die bekommen wir bei der Abschlussbelohnung und diese Truhen bekommen wir aber auch täglich. Aber halt auch nur eine. Aber keine Köpfe von Etel-Fledder als Seiden, die sind halt in diesen Truhen drin. Und das hier ebenfalls. Dafür ist es aber wichtig, dass genau diese Punkte hier auf drei Sterne sind. Und dann bekommt ihr pro Tag so eine Kiste und habt die Möglichkeit, dadurch Etel-Fledder zu leveln bzw. hochzuskillen. Daher sollte für euch von Anfang an eigentlich wichtig sein, so schnell wie möglich auf Level 30 zu kommen, damit ihr täglich diese Kisten hier von Etel-Fledder bekommt, um sie hochleveln zu können. Ich spiele natürlich auch ein bisschen Glück mit dazu. Und gerade am Anfang dauert das immer ein bisschen, weil die Bosse von Level 5, 10, 15, 20 und so weiter, die werden auch immer stärker und je nachdem, wie gut eure Kommandanten geskillt sind oder je nachdem, was für eine Truppenart ihr habt, wird es halt auch schon verdammt schwierig, dann diese Level zu schaffen. Gerade zu Anfang ist, glaube ich, Level 15 so. So, und dann bleibt man da erstmal stecken. Dann bei Level 20. Ja, es wird halt immer mehr. Dennoch, Level 30 ist ein sehr guter Punkt. Was ihr von jedem Level aus bekommt, direkt schon von Anfang an, bei den ersten Belohnungen, das sind diese goldenen Münzen hier. Für jede abgeschlossene Aufgabe, die ihr habt und ihr bekommt 10 Stück täglich für jedes, was ihr hier geschafft habt. Das heißt, wenn ihr die erste geschafft habt, dann bekommt ihr täglich 5. Wenn ihr die zweite bekommen habt, dann bekommt ihr 10 zusätzlich, also 15. Dann bekommt ihr hier nochmal 15, sind dann 30. Dann nochmal 20 obendrauf, dann kriegt ihr 50. Und bei Level 5 bekommt ihr schon 100 pro Tag. Und das geht immer so weiter, immer so weiter und so weiter. Und dann geht hier oben euer Zähler hoch. Hier oben seht ihr diese Münzen, die ihr bekommen könnt. Und diese Münzen sind wichtig für diesen Shop hier. Medaillenshop. Wir haben hier oben immer drei Kommandanten, die auswählen, auswählbar sind. Und Ätl Fläder bleibt immer. Und sie hat, da hat man drei Versuche pro Tag. Na weg. Verbleibende drei. Also ihr könnt pro Tag maximal drei Stück von ihr kaufen. Konstanze ist auch immer da. Und dann haben wir hier noch den Bybers. Der Bybers wechselt allerdings alle Tage durch. Hier haben wir einen Tag, neun Stunden. Dann kommt hier ein anderer Kommandant hin. Sowas ist zum Beispiel am Anfang aber ganz gut, wenn man diese Münzen hier oben zum Beispiel spart. Und man hat jetzt zum Beispiel, man möchte am Anfang so ein Zu so schnell wie möglich auf Expertise bringen oder fertig kriegen. Wenn man die dann hier oben spart, sagt man, man hat dann 50.000 oder 100.000 von diesen Münzen hier übrig. Ist schon schwer, das zu erreichen. Dann kann man sich hier so viele Küpfe wie ihr wollt, könnt ihr euch da holen, für 1.000 das Stück. Wir haben dann hier unten einmal Aktualisierungsmöglichkeiten, fünf Stück. Und dann haben wir hier unten die anderen Belohnungen. Hier können wir natürlich immer wieder uns Belohnungen von denen holen, aber ebenfalls natürlich für diese Münzen. Die epischen Kommandanten, wie hier zum Beispiel Boudicca, müsst ihr auch 1.000 immer zahlen. Also 1.000 müsst ihr hier immer zahlen für einen epischen Kommandanten. Sollte hier unten mal ein goldener Kommandant auftauchen, dann müsst ihr dafür sogar 2.500 Goldmünzen hier zahlen. Anstatt 1.500, wie es bei Etilfledder ist. Ihr könnt dann hier immer täglich einmal aktualisieren. Ihr seht hier auch, ihr kriegt hier Speedups zum Ausbilden zum Beispiel. Ihr bekommt hier Goldsterne für 1.000. Da gibt es auch alle drei Arten der Goldsterne, könnt ihr hier bekommen. Und hier ist auch wieder Kusanuki als Kommandant, den ihr wählen könnt. Und ich empfehle euch hier immer auf die goldenen Sachen zu gehen, natürlich. Goldsterne sind manchmal sehr, sehr rar. Deswegen ist es immer sinnvoll, die mitzunehmen. Dann gibt es natürlich hier die Ausbildungsbeschleuniger. Aber das aller, aller, allerwichtigste ist eigentlich Etilfledder. Weil Etilfledder, wenn ihr die auf Expertise habt, dann habt ihr den Großteil eigentlich von allem habt ihr schon. Und Etilfledder kann man bis in die aktuelle Season, die läuft, kann man diese noch nutzen und verfällt nicht. Bei epischen Kommandanten sieht das dann ein bisschen anders aus. Aber wenn ihr Etilfledder auf Expertise habt, dann habt ihr einen sehr, sehr guten Grundstein. Deswegen würde ich an eurer Stelle jegliche Münzen, die ihr bekommt, in Etilfledder-Skripturen stecken. Auf einer meiner Accounts habe ich ein paar von diesen Truhen hier gespart. Gewertet ihr per Zufall eine der folgenden Belohnungen. 1,51 bis 5 Etilfledder-Skripturen. So, wir können die ja mal öffnen. Ich gucke gleich mal, wie viele ich da jetzt pro Tag bekomme. Und wir sehen jetzt hier, ich habe jetzt aus 48 Truhen, habe ich jetzt 14 Skulpturen von Etilfledder bekommen. Zudem haben wir auch epische Skulpturen bekommen, was natürlich auch gut ist, und 35 Silberschlüssel. Wir können aber in diesem Skulptur, in diesem Truhen hier auch Goldköpfe bekommen, also universelle. Und wir können, glaube ich, auch Goldschlüsse bekommen. Und so sieht das aus, wenn ihr in die Expedition geht. 48 Belohnungen kann ich hier abholen. 78. Ich bin hier bei Level 74. Und ihr seht hier überall diese Truhen drauf. Ich kann jetzt mal hier einzeln drauf gehen, dann hole ich die alle einzeln ab. Müsst ihr aber gar nicht. Sondern ihr könnt einfach hier auf das Symbol auf der linken Seite gehen. Ich wollte euch auch mal kurz zeigen. Ich habe hier Level 30 eins zum Beispiel gemacht und bekomme jetzt hier zum Beispiel eine von diesen goldenen Truhen. Die habe ich auch gemacht. Und auf Level 3. So, und das habe ich hier auch ein paar Mal geschafft. Bis auf die letzte Reihe hier. Die habe ich noch nicht geschafft. Hier sieht man aber auch, dass man hier sogar tatsächlich zwei von diesen Truhen zusätzlich bekommt pro Tag. und nicht nur eine. Wenn ihr jetzt hier auf den Rand geht, bekommt ihr alle. Und das wird euch dann noch einmal aufgelistet. Zwei habe ich ja jetzt schon abgeholt. Also insgesamt bekomme ich hier täglich acht Stück. In dem Fall jetzt sechs. Und ich bekomme von diesen Medaillen 6100. Plus weitere Belohnungen, wie ihr gesehen habt. So. Jetzt gehen wir mal eben auf den Shop. Für mich ist jetzt hier zum Beispiel nicht wirklich was Interessantes dabei. Deswegen gehe ich auf die nächste Seite und hole mir den Stern. Natürlich hole ich mir auch die Metal Fledder Skripturen. Muss dazu sagen, dass ich Metal Fledder hier auf Expertise habe. Allerdings hole ich sie mir trotzdem. Weil die Münzen sparen sich mit der Zeit hier auf jeden Fall an. Metal Fledder Skripturen könnt ihr sehr gut hier im Shop tauschen. Denn hier bekommt ihr für eine Skriptur von Ethel Fledder zurück hier eine 5000 Silber Credits. Ihr habt gerade schon gesehen, wenn du das Maximum hier nimmst von den Truppen, die ich von den Köpfen, die ich habe, kriege ich fast zwei Millionen von den Silber Credits. Deswegen. Man kann die gut sparen. Man kann natürlich Silber Credits holen und sich dadurch dann, äh, tolle Belohnungen natürlich im Shop rein, äh, hier rausholen. Äh, von daher lohnt sich's immer. Wenn wir hier oben auf das I gehen, sehen wir hier einmal die Regeln auch, ähm, für die Expedition. Hier ist eine Sache, ähm, die auch ganz interessant ist und, äh, wichtig ist. Und zwar diese hier. Ähm, im Expeditionsmodus sind alle Buffs aktiv. Wichtige Buffs sind dann zum Beispiel hier, äh, Truppenverteidigung, die man haben kann. Ähm, oder, ne, diese Buffs, die man sich halt hier holen kann. Angriff, Verteidigung, ähm, Aufklärungsabwehr, äh, ist natürlich auch sehr, sehr interessant. Nein, natürlich nicht. Ähm, Truppenerweiterung, äh, könnt ihr mit dazu, äh, packen. Ähm, Truppenerweiterung ist immer ganz gut. Ähm, je mehr Truppen ihr habt, je mehr Schaden macht ihr. Das heißt, je besser, äh, schneidet ihr dann gegen den jeweiligen Gegner ab. Zudem, ähm, zählen aber auch, ähm, Kingdom Buffs. Das heißt, wenn ihr irgendwie einen Buff vom, äh, vom King bekommt, wie zum Beispiel solche hier. General ist natürlich, äh, super. Ähm, König ist, äh, das Beste, was ihr da haben, äh, haben könnt. Natürlich kriegt ihr aber nur, wenn ihr König seid. Ähm, ansonsten General, äh, Truppenangriff ist ganz gut. Ähm, Herzog ist ganz gut, ähm, was ihr nutzen könnt. Ähm, die pushen euch natürlich dann ebenfalls. Des Weiteren aber natürlich auch Runen zum Beispiel. Ähm, Truppengesundheit 10% ist mit einer der Besten. Ähm, um den Boss oder je nachdem schnell Down zu bekommen, ist, äh, natürlich auch Truppenangriff ganz gut. Ähm, das mit dabei zu haben. Ähm, ich nutze immer, ähm, die Gesundheit. Das sind halt, ähm, aber alle Buffs, die ihr so bekommen könnt. Abgesehen natürlich die noch von einer, äh, von einem Bündnis. Das heißt, je stärker euer Bündnis ist, je mehr Altare sie haben, je mehr Heiligtümer sie haben. Oder, 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 oder. Je besser seid ihr natürlich dann auch in der Expedition. Solltet ihr im, äh, Bereich, äh, der Eroberungsstaffel sein, zählen natürlich auch, ähm, wenn ihr im KVK seid, die, ähm, Technologieforschung, ähm, die ihr macht. Na, wenn ihr dann hier dann nochmal Buffs für euch bekommt, oder ähnliches, dann zählen die natürlich ebenfalls mit. In den vorherigen Staffeln, ähm, also in, äh, KVK 1 und 2 sollte das, glaube ich, genauso sein. Ähm, je höher man da ist, umso besser ist es. Und selbstverständlich zählen natürlich auch Rüstungen. Ich mache euch mit der, äh, ich mache jetzt mal mit euch zusammen hier den, äh, 75er. Und hier haben wir als, äh, Kommandanten, äh, YSG. Gehen wir mal auf Starten. Und hier haben wir ein paar Sachen, die wir auch da beachten müssen. YSG ist ein Kommandant, der Flächenschaden macht. Das heißt, wir sollten nicht im Flächenschaden sein. Bei YSG ist das immer ein bisschen schwierig, weil er halt ringsrum Schaden macht. Ähm, soweit ich weiß, und das, äh, müsste ich jetzt gleich mal nachgucken, macht YSG nur Flächenschaden in eine Richtung, weil er nicht Expertise ist. Genau, seht ihr hier. Das bedeutet, ähm, wir nehmen einen Kommandanten, den wir vornehin, äh, stellen. Und der Rest steht in der Regel hinter ihm. So. In dem Fall ist das hier Ethel Flader. Die er, äh, fokussiert. Das war jetzt ein bisschen blöd von mir. Und alle anderen stehen dahinter und hauen von hinten auf ihn drauf. Damit sie den Flächenschaden nicht abbekommen. Am Rand hier seht ihr immer, wer kämpft, wer nicht kämpft. Jetzt, äh, verteilen die sich wieder so, dass einer meiner Kommandanten, meiner Truppen, wieder im Flächenschaden von YSG steht. Was natürlich wieder nicht gut ist. Wir packen ihn jetzt mal da hin. Und hauen dann drauf. So, jetzt kriegt nämlich, äh, Ethel Flader den ganzen Schaden ab. Und der Rest meiner Truppen nicht. Darauf solltet ihr halt immer achten. Na, wenn ihr einen Kommandanten gegen euch habt, der Flächenschaden macht. Das ist ja auch im Kampf gegen reale Gegner so. Ähm, dass ihr immer darauf achten solltet, dass ihr nicht im Flächenschaden steht. Und somit haben wir diesen, äh, dieses jetzt hier geschafft. Ich möchte euch aber nochmal ganz kurz zeigen, ähm, wie man es richtig machen sollte. Ähm, das ist jetzt falsch. Ich bin jetzt hier in einem anderen drin. Okay. Wir sehen jetzt hier auf der linken Seite, ähm, sehen wir die Kommandanten, gegen die wir kämpfen. Da. Es sind zweimal YSG zum Beispiel dabei. Die sollten als erstes weg, weil sie halt Flächenschaden machen. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf der, auf der, an der Seite können wir drauf gehen. Wir sehen hier YSG. Ich wähle jetzt alle aus, weil alle sollen auf ihn drauf gehen. Und jetzt ist es eigentlich wichtig, dass als allererstes ein Tanky-Trupp drauf geht. Ich glaube, ich muss das Ganze nochmal neu machen. Moment. So. Gehen wir nochmal bei YSG. So. Hier haben wir YSG als, äh, Gegner. Ein Tanky-Trupp ist bei mir, ähm, er hier. Weil er hat, ähm, Harald dahinter. Der, ähm, ja, also das Infanterie hat grundsätzlich. So. Ich lasse den schon mal laufen. Die anderen Truppen, die positioniere ich auch schon mal. Und zwar dahinter. Und dann können die ersten auch schon von hinten drauf hauen auf ihn. So. Und genau so solltet ihr das dann machen. Ähm, das ist ein bisschen unglücklich gelaufen, da, äh, ähm, mein Kommandant viel, viel früher da war. Und er eigentlich mehr durchhalten sollte, als das, was er tut. Tut er nämlich irgendwie nicht. Okay. Egal. Jetzt ist er gestorben. Jetzt ist der nächste, den er angreift, äh, YSG. Mit voller, äh, mit voller Power. Das heißt, ich ziehe jetzt Attila runter. Und lasse ihn jetzt von der Seite drauf hauen. Die beiden ebenfalls. Ihr solltet Kommandanten nehmen, die auch Rüstung anhaben. Bei mir hat nämlich, äh, ähm, mein Infanterietrupp keine Rüstung an. Auch mein Bogenschützentrupp hat keine Rüstung an. Ätl Fleder hat Rüstung an. Ähm, Atelier hat, äh, hat Rüstung an. So, und dann siegt er hier auch. Ähm, hier haben nicht alle Kommandanten überlebt. Machen wir das mal anders. Wir nehmen jetzt mal Alpha als Tanki-Trupp, äh, meinen stärksten Trupp, den ich hier habe. Und zwar ist das Xan Yu. Die anderen packen wir dahinter. Und dann kann, äh, Xan Yu schon mal richtig viel Schaden anrichten. Ätl Fleder kann schon mal drauf hauen. Er kann auch drauf hauen. Von hinten. Er auch. Und jetzt zum Schluss dann auch noch er. Und genau so sollte das laufen. Äh, die Kommandanten stehen alle nicht im Flächenschaden. Nur der, der Tanki ist gerade. Und das ist halt Xan Yu, ähm, mit, äh, Nevsky zusammen. Und so bekommt er den eigentlich richtig gut down. Besser, man sollte halt einen Tanki-Trupp nehmen, wie zum Beispiel halt irgendwas mit Infanterie, weil das halt einfach länger durchhält. Der Kommandant, den er fokussiert, in dem Fall ist es jetzt, äh, Xan Yu, ähm, der bekommt natürlich auch den meisten Schaden ab. Der wird aber hier nicht sterben, weil es halt nun mal mein stärkster Trupp ist. Ähm, ne, der Rest haut dann halt von hinten drauf. Es gibt aber auch noch einen weiteren Trick, wie man den Kommandanten relativ, ähm, gut, äh, killen kann. Das zeige ich euch, ähm, gleich, wenn wir den getötet haben. So. Das ging jetzt recht schnell und gut. So. Und zwar. Da ist es jetzt auch vollkommen egal, welchen, äh, welcher zuerst auf den, äh, drauf geht. Aber es ist wichtig, wen er als erstes auswählt, ähm, als Trupp. Und das gucken wir uns jetzt mal einmal an. Und das ist jetzt hier Attila. So. Und jetzt laufe ich mit Attila die ganze Zeit hier rum. So. Und lassen auch den Boss laufen. Jetzt hat er sich in jemand anderes geschnappt. Und zwar Attil Fledder. So. Und jetzt laufen wir auch mit Attil Fledder. Und, äh, lassen die anderen alle drauf hauen. Wenn der Boss nämlich läuft, bekommt er mehr Schaden. Dafür muss man aber immer darauf achten, wer ist gerade der, den er fokussiert. Und das ist leider nicht so einfach zu erkennen. Jetzt, äh, ist es, äh, Hermann. Man sieht das immer, in welche Richtung der Trupp halt ausgerichtet ist. Ruhig ein bisschen laufen lassen. Weil während er läuft, bekommt er den meisten Schaden ab. Und weiter. Und jetzt läuft er wieder zurück. In der Zeit bekommt er aber auch jetzt die ganze Zeit Schaden. Er greift das nicht uns an, sondern er, äh, bekommt das die ganze Zeit nur Schaden. So, wen attackiert er jetzt als nächstes? Ich glaube, das ist wieder Xanyu. Also nehmen wir Xanyu und laufen mit ihm weg. Und der folgt uns dann wieder. Und jetzt ist er tot. Äh, ist er tot. Na, das ist auch eine Variante, die sehr, sehr gut immer funktioniert. Ähm, die man machen kann. Jetzt gucken wir mal nochmal, wie es ist, wenn wir jetzt gegen mehrere Ziele, ähm, kämpfen. Hier mache ich es mal ganz gerne so, dass ich, äh, in dem Falle, wir haben hier einen, äh, Harald dabei, der es liebt, wenn mehrere Truppen draufgehen. Von daher schicken wir ihn als erstes in den Tod. So. Gleichzeitig schicken wir aber auch die anderen los, weil, ähm, das sonst zu lange dauert, äh, bis die dann auch draufgehen. Und als allererstes Ziel nehmen wir hier YSG. So. Wegen des Flächenscharns. Wir haben hier einen YSG, wir haben hier einen YSG. Wir müssen halt auch immer da ein bisschen darauf gucken, wer, ähm, ist dahinter. Bei dem anderen YSG zum Beispiel ist noch ein, ähm, Mimic mit dahinter, der ebenfalls Flächenschaden macht. Von daher wäre das jetzt die, ähm, schnellste Variante oder beste Variante gewesen, erst den anzugreifen. Das kommt aber jetzt direkt danach, sobald der Tod ist. Nicht die ganze Zeit immer hin und her wechseln, ähm, weil das ist, äh, äh, dann, äh, dann haben die immer noch mehr Chancen auf euch drauf zu hauen und alles. Das ist, äh, nicht ganz so förderlich. Die stärksten Kommandanten, die hier gegen euch kämpfen, immer als erstes rausnehmen. Das ist, äh, YSG hier als erstes. Ähm, dann als nächstes würde ich sagen, ist es, ähm, CC. Und dann, die kämpfen schon nicht mehr. Ähm, und danach ist es dann Saladin und als der, zum Schluss ist es, äh, Richards, weil Richards macht in der Regel nicht so viel Schaden, ähm, sondern der hält einfach nur durch. So, wir haben hier oben auch immer eine Zeit laufen, drei Minuten 26 aktuell noch, ähm, ähm, in der Zeit müssen wir die gekillt haben. So, wir können jetzt schon mal auswählen, dass wir als nächstes Saladin nehmen. Und dann als letzten Trupp kommt dann Richards. Wer ist denn hinter Richards? Da ist ein Charles Martel. Das sind zwei Tanki-Trupps. Das wird lange dauern, die Downs zu bekommen, aber wir bekommen auch nicht so viel Schaden in der Zeit, weil die halt nicht wirklich viel Schaden machen. Erstmal die Schadensbringer wegmachen. Am Rand hier sehen wir Saladin, äh, wie viele, wie wenige Truppen er noch hat. 15.000, 6.000, 2.000, fertig. Und jetzt schnappen wir uns mit allem, was wir haben, den Richards und machen den Down. So, hat noch 155.000 Truppen. Ja, wie gesagt, das wird ein bisschen dauern, bis der Down ist, aber er geht, äh, gut runter und wir schaffen das auch definitiv in der Zeit. Ihr seht hier oben auch, gucken wir mal, ob ich das gerade markiert bekomme, hier, welche Buffs aktuell bei euch aktiv sind. Ja, dann könnt ihr das, äh, das könnt ihr immer da oben sehen, falls jetzt irgendwie ihr was vergessen habt. Eine Rune habe ich, Truppenerweiterung habe ich, Verteidigung habe ich und natürlich auch das von meinem, äh, Stadtthema. So, geschafft haben wir es. Ähm, alle Kommandanten von mir haben jetzt nicht überlebt. Das ist aber auch nicht so schlimm. Ähm, wir haben jetzt nicht drei, äh, drei Sterne. Das kriegen wir aber noch, äh, das kriege ich aber noch so hin. Versuchen wir mal zusammen hier die, ähm, 70 plus 1 zu nehmen. Und hier haben wir ein bisschen was anderes. Ich leuchte jetzt mal einfach kurz meine ganzen Truppen hier raus. Und dann nehme ich hier als Rally, ähm, nämlich Xan Yu mit Neski. Ist halt nun mal mein stärkster Trupp. So, dann nehme ich hier mein Attila Takeda. Hier nehme ich, ähm, ja, das passt so. Attilfledder Joana. Dann haben wir hier noch meine Bogenschützen und meine Infanterie. Und dann gehen wir in den Kampf rein. So, wir sehen jetzt hier unten kommt die Rally. Und hier ist meine Attilfledder. Mit meiner Attilfledder gucke ich jetzt, dass ich die anderen Truppen, die da sind, äh, abfange. Was schwierig ist. Aber, warum bleiben die denn stehen hier? So, zum Glück steht halt, ähm, ähm, äh, CC im Flächenschaden von der Rally. Ähm, das ist schon mal sehr gut. Ähm, von daher kriegt ihr auch richtig gut was ab. Die greifen nicht ins Geschehen mit ein. Ähm, weil sie halt abgelenkt sind durch, äh, die anderen Truppen hier. Mal ganz kurz gucken. Ups. Und, dass die alle auch auf, äh, YSG gehen. Ne? Immer YSG als erstes. So. Hier sieht das, äh, ganz gut aus, dass, äh, CC gleich tot ist. Ähm, top. Jetzt hau ich nur noch auf die Stadt drauf. Und oben kämpft meine Attilfledder gegen Saladin. So, die Stadt geht gut runter. Sind aber auch immer noch eine Million Truppen drin. So. So. Richards ist mir eigentlich mehr oder weniger egal. Deswegen gehe ich jetzt noch solo auf die Stadt zusätzlich drauf. von der Seite Ätelfledder wäre eigentlich wichtiger, dass die auf die Stadt hauert, damit, äh, die Gesundheit, äh, verteidigung und der Angriff verringert wird von der Stadt. So. Hauptsache ist, es haut nichts zusätzlich auf die Rallye drauf und ihr werdet nicht zu sehr blockiert. Ihr seht, Julius Caesar, seine Stadt geht super schnell down und das Gott sei Dank auch in der Zeit. Als Rallye-Führer solltet ihr immer das Beste nehmen, was ihr halt nun mal habt. Wenn ihr jetzt wirklich einen Trupp habt, mit dem ihr Rallyes machen könnt, umso besser für euch. Hier haben wir es jetzt geschafft, das fertig zu machen und bei der 02 ist es hier diesmal so, dass wir die Stadt verteidigen müssen. Ich habe jetzt hier nicht wirklich irgendwas zum Deffen von meiner Stadt. Deswegen werde ich jetzt hier ebenfalls Nesky mit Nesky nehmen, weil die halt super, super stark sind zusammen. Hier nehmen wir natürlich wieder Atada Takeda. Hier nehmen wir die wieder. Bogenschützen. Und die Infanterie. So, und jetzt kommt hier meine Stadt rein und das sind meine Verteidigten, meine Truppen, die verteidigen. Jetzt kommt von mehreren Seiten kommen die Truppen an. Und jetzt sehe ich hier auch wieder, dass ein YSG dabei ist. Hier. Ich schnappe jetzt ihnen sofort. Die hier aber auch. Weil wenn ich die vorher abfange, dann hauen die nicht auf die Stadt drauf. Das kann so viele Truppen wie hier draufhauen. Das ist manchmal echt sehr, sehr schwer zu koordinieren. Deswegen schaut zu, wie ich es mache. Es ist auch nicht schlimm, wenn die auf die Stadt hauen, solange die von vorne draufhauen, weil dann kann Sang Yu alles treffen, was da drauf geht. Hier ist wieder ein YSG. Hier hat einer von der Seite auf das Haus drauf. Das ist nicht so gut. Weil dann ist der Flächenschaden nur dort in diese Richtung. So, jetzt wieder auf YSG. Ihr müsst auch immer ein bisschen darauf achten, ob jetzt dahinter irgendwelche Kommandanten sind, die das Ganze, die stärken, die auf die Stadt draufhauen. Soweit ich das jetzt gerade sehen kann, haut keiner so wirklich auf die Stadt drauf. Aber ich sehe auch keinen YSG oder sowas, wo ich gerade drauf haue. Deswegen gucke ich jetzt einfach, dass ich alles da weghaue, was ich da jetzt noch habe. Da kommt wieder ein YSG. Und wir müssen einfach nur die ganze Zeit, die hier oben ist, also die kompletten zwei Minuten, müssen wir durchhalten. Und unsere Stadt darf nicht down gehen. Das ist, denke ich mir mal, verständlich soweit, weil es YSG auch wieder down. Als nächstes würde ich Julius Caesar nehmen, weil Julius Caesar Buffs hat, also extra Buffs hat, um Städte anzugreifen. Das heißt, er würde uns wahrscheinlich mehr schaden. Wir haben sonst hier viele, viele Richards stehen, die nicht so stark sind, die uns nicht so viel Schaden machen würden. Das kommt jetzt als nächstes. Wieder ein Richards, wieder ein Charles Martel. Unsere Truppen sind aber auch langsam, aber sicher. Lethal Flatter kriegt ziemlich viel ab, wenn ich das hier so richtig sehe. Hier kommt wieder ein YSG. Immer YSG. YSG macht so viel Flächenschaden, das ist echt wichtig, dass der immer so schnell wie möglich down geht. Danach dann wieder auf Julius Caesar. Die anderen lasse ich mehr oder weniger außen vor. 50 Sekunden müssen wir noch durchhalten. Da kommt wieder ein Richards, wahrscheinlich da auch wieder ein Martel. Sind immer die gleichen Truppen, die halt kommen. Als nächstes sollte wieder ein YSG kommen und wieder ein Julius Caesar. So, und in der Zeit, wo halt diese nicht kommen, kann man halt gucken, dass man das platt macht, was halt gerade noch da ist. So, hier kommen die nächsten wieder. Da ist wieder ein YSG. Den wollen wir uns natürlich wieder als nächstes schnappen. Der kommt auch gar nicht dazu, überhaupt auf die Stadt draufzuhauen. Wenn ihr die vorher abfangt, bevor die auf eure Stadt draufhauen, dann hauen sie euch nicht auf eure Stadt drauf. Umso besser ist es. Zeit ist um. Geschafft ist es. Ne? Manchmal geht es einfacher, als man denkt. Wenn man weiß, wie. Jetzt haben wir auch dazu nochmal ein paar Truen bekommen. Wie wir ja gesehen haben. Können wir jetzt nochmal zusammen öffnen. Insgesamt 18 Stück. Und hier haben wir wieder sieben Skulpturen. Ja, sieben Skulpturen von Ethel Fledder bekommen. Ist jetzt nicht unbedingt sehr viel. Dafür, dass in einer Truhe ein bis fünf Köpfe kommen können. Aber, ja, man gewöhnt sich daran. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr konntet was mitnehmen. Was lernen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Arrived.